Stutfohlen, das am 10. Mai geboren wurde. Saint-Emilion aus einer Stute namens Die Eine M von Di Maggio, dem Jungpferdeweltmeister und Duke of Britain Vater. Unter anderem dann die Davina von Dancier. 10. Mai geboren. Pommarie aus dieser Linie hervorgegangen, aus der vierten Mutter. Da geht es dann mit Absatz Valentino hinter Picbube weiter, hinter Pasadena. Pommarie Picbube, Absatz konsequent, hat hier gedeckt, dann später bis Grand Prix erfolgreich. Kennedy aus dieser Absatzstute. Und Grand Prix Pferde wie Duchesse oder auch Degas, alle aus diesem Stamm. Viele, viele tolle Stämme, die sich hier zusammenfinden. Ganz federleicht die Bewegung, Schneewittchen aus Westfalen. 10. Mai, das Geburtsdatum. Und wir haben die 53.